hey leute ich bin's wieder rotax und willkommen zu einer neuen runde bad wars hier auf dem gomme server mit dem fabius der hier im hintergrund schon ein bisschen lehm sammelt oder bronze ja so acht stück so ich werde das gleich mal tauschen wir sind nur noch zu zweit auf einer map die man spielt ist auch gut los fabi bau 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 schneller pass ein bisschen auf hier boah scheiße ich bin gerade voll weggekickt auf der base ich passe gerade auf der base auf ja auf der base die hast ein bisschen ein bisschen beleben falls du brauchst i don't need it aktuell so vielleicht mache ich mir gerade mal so dass kann nicht so schlecht sein noch vielleicht ja ich merke es gerade die laufen einfach durch soll ich auch mal waschen vielleicht ich mache das relativ drei bad bad with leder amour nein leder amour ist nicht gut zum raschen weil dann merken sie zu schnell dass du ähm nichts im gegner team gehörst ich habe jetzt ein bisschen das bad zugebracht ich wurde gerade gekillt so gut egal dann rasch ich nochmal nach vor ach so ich dachte du hast ihn gekillt war das ich habe ich habe nicht gekillt also unser bett ist jetzt relativ akzeptabel zu relativ sicher ja ich bin ich sterbe gerade nach der reihe wenn ich da gerade ein bisschen am raschen bin so vielleicht mal ein paar blöcke ich finde das gerade ganz lustig ich mache das jetzt einfach noch mal ist mir egal dass ich dann sterbe dann kannst so zwei so dinge vielleicht werde ich immer ein schwert kraft ist weil sie kann ich ein schwert holen oder nicht schon cool da hast du immer einen grund warum du stirbst sonst hier habe ich jetzt ein schwert hinge ich habe den schwert schon gehauen so wurde das ok gut dann liegt das gerade bei unserer base ist auch was ist was ist das für ein arsch mann was ist da los sag es los sag es was hax 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 das mal ganz hat er jetzt gemacht wenn ich ihn nicht mit der hand kaputt geschlagen hätte das genug zeit dort ist genug zahlt der ist mit seinem kackstick immer ich bin wieder runtergefallen lebst du noch fabi oder nicht okay ich bin auch gott so wie sieht hier gerade aus wo der haar schräg nein ich bin gerade gestorben scheiße ja das war's für mich aber ich bin einfach zu dumm gewesen dann macht er nichts dann sehen wir uns gleich wieder da häng ich noch eine runde dran oder so was sagst du was bis gleich so dass wir wieder zurück bei farmland mit dem farbe wieder und das ist gar nicht ein dreier map glaube ich ja du dir am besten schon ein knockback stick dass ich da werde ich werde machen ja vor allem auf der map glaube ich kaum wenig viel zu was besserem ich habe zwei knockback sticks willst du auch ein haben ja ich hatte ich bringe sofort ein ja dieses das geht da echt schnell so eine spitzfacke wollen wir noch einfach so kann er nicht schaden ich werde jetzt versuchen zu waschen und ich ich versuche noch kurz die sind aus dem geld gerade okay ich habe es geschafft hast du ein bed abgebaut von team blau nice fabi nice aber blöcke sollte ich mir vielleicht noch nehmen hast du bitte einfach schön in der base auf oder noch auf action hier hast du hier ist noch was fabi guck ich leckte hier so was hin was war das so ein knockback ist wunderbar das ist wirklich ich befürchte da kommt ja jemand zu dir ja er hat mich gerade auch gekillt er war ein bisschen so stark für mich ist er gerade noch in der base nie oder doch dort vorne steht ich sehe den gerade nicht wo ich hatte gerade voll den park dann habe ich dabei unsichtbar darf man gerade so was denn da los naja dann sterbe ich wieder elend da unten irgendwo gibt es ihnen jetzt noch näher das relativ okay zugebaut gut ich habe ein bisschen versucht aufzuhalten habe es aber nicht wirklich geschafft die grünen haben also was heißt schon sie haben einfach an okay das ein gelber kommt zu uns ein gelber ist bei uns ist bei uns wir sind im gelb oder ja ich werde ich ja ganz schlecht fabi ja das war gerade dumm von mir aber ist man ja gewöhnt wieso schießt denn ich habe ich kann so kurz die bei ist die base beschützt hatte ich noch nicht einen bogen hast du jetzt den bogen ja sehr gut ja ich habe einen runter geschossen mit einem bogen einen grünen ja ja ich habe auch wieder wen gekillt boah ich bin hier gerade voll am region das ist gut aber du hast nicht den mit dem bogen geschossen oder war es mir egal ich habe ich habe auf jeden fall jemanden mit einem bogen runter geschossen und das reicht mir eigentlich ziemlich ich habe ein grün gekillt ich gebe dir ein bisschen deckung ich gebe dir trotzdem ein bisschen deckung oder besser gesagt ich bin da gerade alle leute das ist sehr gut was du machst freu dich du hast einmal in deinem leben was richtig gemacht das heißt einmal in meinem leben ja okay dreimal ja bitte bitte wo hat im roh das ist los fabi warum was ist das stehst du da in meinem weg rum kill die alle fabi kill die einfach alle ich versuchte gerade hier mit dem bogen bisschen ich habe keine waffe ich brauche kurz eine dann kann ich da gleich hingehen dieser eine jonas hat das aber gerade erledigt ich zerstöre hier gerade einfach nur alle holgold fabi holgold wir brauchen einen besseren bogen mit knockback dann habe ich noch mehr der kostet 13 ist mir egal es gibt nur drei gold spawner und die map ist vielleicht drei blöcke groß es wird nix kannst du dein traum abschminken sie hat mir gerade nur hart am snipen so sehr gut fabi ich habe zweieinhalb herzen es wird nix ich bin ja ich bin tot unser teammate hier der hat ein schwert und lässt sich von dem box das ist du bist übrigens die ganze zeit unsichtbar bei mir das bett verdienten team grün hat noch im bett das heißt wir müssten eigentlich auf team grün gehen ja so ich stehe auf jeden fall hier geschmeidig mit meinem bogen ich glaube ich werde auch gerade nicht mehr machen pass einfach auf ich habe gerade jemanden von hier ausgekehrt das war gerade so spaß tut mir leid das ist so mies was ich hier mache das ist so wie ein grüner ist so richtig ist es einfach nur böse was ich bin runtergefallen scheiße aber er ist auch runtergefallen gut was da ist jemand gekommen ja gut dass ich mich hier voll gut dass ich mich hier gerade voll auf die konzentriert so ich lass dir mal da irgendwie nicht zu atem kommen fadli holt gold versorgt beziehungsweise 8 gold sehr gut versuche auf jeden fall ganz viel ganz viel gold zu schnappen ich habe 8 gold so gut ich halte mal so ein bisschen in schach wer ist das da vorne das bist du ja ne das da vorne das ist unser freund ich stehe gerade beim shop ah das ist unser freund ok kannst du mir auch noch ein bisschen gold besorgen geht das vielleicht oder hast du gerade nichts mehr gerade habe ich nichts mehr weil ich gehe gleich wieder in die mitte ich habe mal eine runde gehabt wo ich ein paar schafe zu den gegnern geschossen habe und die sind daran gestorben ja das geht auch ich habe ich kann ich ein bisschen eisen haben fünf oder so ich habe immer noch keinen brustpanzer weil du mir alles immer gleich weg riefst ja genau super pass auf da kommt jemand du kannst kurz in der mitte vorbei laufen zu blau dort musst du viel gold legen das gute ist geld hat grüner kein wo soll ich hinlaufen du kannst kurz in der mitte vorbei zu blau laufen da sollte viel eisen liegen bei gelegenheit kannst du mir einen guten brustpanzer mitbringen das ist gerade relativ hier liegen 25 eisenstücke ja das ist gerade voll die chillige runde oder die die haben irgendwie keinen bogen glaube ich wenn ich mich nicht ganz teufel so ich hole mir jetzt einen brustpanzer ich habe 25 stück das reicht locker ich mache gleich mal drei so dinge dann mache ich hier noch ein schwert das kostet das auch drei so und dann mache ich mir noch eine wederrüssi boah was war denn das jetzt so zack 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 wie viel gold hast du gut ich bin 3 kannst du mir eine rettungsplattform bitte mitbringen eine rettungsplattform okay haltet ihr einfach mal den scharf also den panzer und die rettungsplattform würde ich gern bestellen die rettungsplattform war powder ich bin nicht ein boter ich nehme hier auf ich muss ein bisschen action reinbringen jetzt ein bisschen bogen schießen farbe kommt ja ich habe jetzt lauter zeug für dich guck ich habe das hier für dich ich habe das halt du dir jetzt kurz in schacht dann kaufe ich mir was ja ich werde schon machen aber gib mir noch bitte kurz das gold das du aufgesammelt hast kannst du mir essen mitbringen das ist wichtig hatte hier hinter dir gegen acht steaks so was gebe ich dem mal hier hinter mir liegen acht steaks hast du gesagt ja läuft danke ich wollte gerade sagen da baut sich jemand zu uns rüber aber das seid ja irgendwie hier doch die bauen sich wirklich zu uns rüber aber das war jetzt fire striker ist bei uns oder nicht der ist gelb und der tötet ich halfte mal ja ich weil hier gerade auch alles was geht in den bogen weg das ist immer ganz wird immer ganz gerne gesehen glaube ich ja natürlich und hinterher mit rettungsplattform kommt alle auf die plattform kommt auf die plattform nice na gut da sehen wir uns nächstes mal wieder war eine coole folge ciao